Was haben wir vor? Wir haben vor, dass wir Leute animieren wollen, mit unserem Messentia-Booster-Sachen anzupacken und zu schauen. Also Messentia bietet mit dem Messentia-Booster Ideen auf dem Markt zu prüfen mit Vorprototypen. So wie wir es in der Swiss Plastix-Messung haben. Genau, und im Prinzip geht es darum. Nennst du es aber das Pretotyping? Ja. Gut, gut. Und das ist ein Begriff, den wir im Web kreiert haben. Dass man etwas macht, das schon genau Funktionalität, Möglichkeiten, Taktik und so hat. Aber noch nicht industriell entwickelt ist, um mit den Leuten zu diskutieren. Und insofern ist es genau das, was wir bei Messentia brauchen. Wo wir eine Kerntechnologie entwickelt haben, wo wir auf dem Platten machen können. Wir können es biegen, schweissen, kombinieren, wieder nutzen. Das heisst, aus dem Stuhl wieder die Bank machen oder aus dem Bank wieder den Stuhl machen. Auf die Kreislaufwirtschaft sprechen. Das ist genau dort, wo wir jetzt die Beispiele Provec brauchen. Und diesen initialen Kick, kann man dem sagen. Weil wir nicht die finale Produkte präsentieren können. Nein, und die finale Produkte macht sinnvollerweise der, der vom Markt kommt. Also die finale, eben die Marktanalyse passiert mit einem, der in einem Markt ist, der ein Produkt kennt, der weiss, was er für eine neue Entwicklung machen möchte. Und wir nehmen mit ihm zusammen das machen. Also für Gimeli ist das Engineering, Messentia produziert. Das ist ein 3D-Drucker, den wir mit dem erweiterten 3D-Drucker erweitern. Ein bisschen gröber. Ja. Den müssen wir eigentlich das Gleiche machen. Wir machen einen 3D-Druck vom Produkt, den der Kunden will. Dass er das dem Markt zeigen kann. Feedback bekommt. Aufgrund von dem machen wir dann die Engineering-Entwicklung. Super. Coole Idee. Jetzt habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal so einen Teaser, wo wir bildhaft erklären, Hey, Gimeli ist jeder Urheber. Und unten gibt es Messentia, das ein Spin-Off von Gimeli ist, den wir eben so durchklärt haben, dass wir als 3D-Drucker brauchen können. Dass wir dort eigentlich Initialprojekte starten möchten, wo man mit relativ geringem Budget mal etwas zeigen kann. Eben das Pre-Ototyping. 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 Eben das Richtige Aussprache. Oder du kannst ja sagen Vor-Prototyp. Das verstehe ich dir. Genau. Und den gleichen Punkt haben wir ja schon gestartet, mit der Robotik. Mit dem Robotik-Booster. Dass wir da auch noch drauf nehmen, dass man das Netzwerk sieht, wie das zusammengestellt ist, und die Ansprechparte darauf sieht. Das ist eigentlich der Teaser. Und daraus machen wir ähnlich wie beim Robotik-Booster so einen Messentia-Booster. Genau. Und meine Idee wäre ja nicht, dass wir als Gimeli noch einen Ping-Booster machen. Das ist der Tat und Weiss, wie man das macht. Oder der Messentia-Booster ist ja eigentlich Materialität, Technologie, Herstellung. Oder Wiederverwendbarkeit. Wiederverwendbarkeit. Das ist die Thematik. Die Robotik ist die Automation und vom Prototyp in eine Manufaktur, in eine Produktion zu kommen. Und der Ping-Teaser wäre dann für mich das, was wir damit erreichen wollen, dass die Leute verstehen, dass wir auch eine ganz neue Art und Weise von daraus hergegangen haben, wie wir nachher zu diesem Vorprototyp kommen. Sehr gut. Nein, mache ich. Gut. Passt. Jetzt mit dem Gimeli-Logo und nachher Messentia. Jetzt nicht bei Franka ein oder so drauf tun? Wegen dem Robotik-Booster und da muss man ja alles wieder auf einen tun. Ja. Kannst du drauf tun. Wir brauchen Messentia, wir brauchen Ping, wir brauchen Gimeli, wir brauchen Franka. Gut. Kann man machen. Ja. Und beim anderen bin ich dir auch nicht sicher, ob wir das Gleiche verwenden mit dem Sketchbook. Jetzt nicht, ob es dann zu viel ist. Weisst du, den Robotik-Booster hast du dann auch noch den Messentia-Booster. Ja. Das wurde von mir halt so aufgebaut, dass du das... Das habe ich gesehen. Von dem her kann ich so eins zu eins übersetzen. Das ist kein Problem. Ich würde vielleicht noch ein bisschen spezifisch darauf eingehen, was man mit dem Material machen kann. Dass ich irgendwie noch ein Part machen, Beigen schweissen, verbinden, lösen. Wie gesagt, das muss man immer sagen. Du kannst starten mit einer Schere mit einem Abbahnmesser in einem Heissluftfohlen oder einem Backofen zu Hause, oder? Mhm. Und... Aber eben... Ja, das ist gut, dass du einbringst. Das ist das, was bei mir noch nicht ganz... Ich merke einfach, das ist die Haupt... Einer von den Haupt-Benefizen, die das hast, siehst du jetzt noch nicht. Eben genau. Und darum sei zu dem, was wir heute schon angesprochen haben, ohne Marketingmaterial, sagt auch das wieder nichts. Weil er sagt einfach, Cimelli, Messentia, wenn ihr uns kennt, das ist klar. Aber wir wollen ja die Ansprechen, die uns noch nicht so gut kennen. Seid das Cimelli oder Messentia? Genau. Und in diesem Ersprechen müssen wir schon so ein bisschen die Hauptvorteile, das ist das, was wir schon lange reden. Das Factsheet, Messentia. Oder das ist für mich auch der Nutzen, z.B. ein Kunde, ist jetzt für mich die Vorentwicklungsabteilung genau so heissen. Ja. Das wäre eigentlich genau das Richtige. Dass sie sehen, wir haben diese drei Sachen und sie können mit uns in die DNA angehen, welche eine Resultate bekommen, was sie sonst nicht bekommen. das Richtige. Das Richtige.